So, wir haben jetzt eigentlich beide zwei Möglichkeiten. Entweder schließen wir die Buda ab oder wir machen jetzt einfach einen Schlachtwagen. Dieses Gemeinsamkeitsgefühl, die Interaktion, das war so der Schmerzpunkt, wo der Kunde gesagt hat, ja, ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll. Wenn wir sagen, wir schaffen das, dann schaffen wir das. Jetzt sitzen wir hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017